Herzlich willkommen bei Fahrzeugtechnik Fahrrad. Hier ist der Fahrrad am Start. Willkommen zum Vlog Teil 2 von unserer dreiteiligen Serie, Kleinserie-Testphase. Achso, falls ihr euch wundert, der Ton ist ein bisschen anders, weil ich habe jetzt so ein Ansteckmikro, habe ich mir jetzt mal geholt, wollten wir jetzt auch mal austesten. Wie gesagt, diese ganze Videoreihe ist nur eine Testphase. Wenn es gut ankommt, werden natürlich mehr davon kommen, wenn nicht, ständig halt. Wo haben wir angefangen gestern? Also gut, heute sieht es ähnlich aus wie gestern, nur ähnlich. Ich würde sagen, wir fangen mal gleich direkt mit dem dicken, mit dem M6. Beim M6 sind wir weitergekommen, ja. Achtung, Lampe ist noch da. Genau, M6 hat jetzt beide Köpfe drauf. Ich glaube, gestern war nur ein Kopf drauf oder noch gar kein Kopf drauf. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Ich glaube, nur ein Kopf war drauf. Den anderen Kopf hat der Kollege vorbereitet gehabt. Genau, beiden Lader sind schon drauf. Die neuen Leitungen sind schon verbaut für die Lader. Alles vom Feinsten hier auch. Neu, Kühlwasserschlauch hier. Die Gegend, hier wird es gerne und nichts, beim N63 oder S63. Hier noch die Ölleitungen, Kühlwasserleitungen, wie gesagt. Genau, jetzt machen wir die Ventilschaftsdichtungen. Dafür habe ich ja das Werkzeug aus den USA geholt, hier extra mit diesen Bürsten hier. Das sind hier so eine Mini-Bürsten. Die stopfst du hier in die Ölrücklaufbohrung, damit dir beim Durchhebeln hier keine Keile reinfallen. Hier ist zum Beispiel von dem M6 die alte Ventilschaftsdichtung. Ja, die sind schon hart. Hier ist eine neue. Ja, guck mal, ich kann die neue direkt mit dem gleichen Kraftaufwand viel weiter reinrücken. Und das Loch ist halt auch kleiner. Deswegen ist das, weil das Loch so ausgeleiert ist, so groß ist und hart ist mittlerweile, läuft das Öl vorbei. Wenn es halt heiß ist, verbrennt er halt Öl. Genau, jede Menge neue Teile, wie gesagt, der kriegt der M6. Das ist Stand heute. Geht voran, würde ich sagen. Dann hatten wir gestern auf der Bühne 2, wo wir das Getriebe eingebaut hatten gerade, wo wir den Motor neu gemacht haben, wo ihr die Instastory gesehen habt, da mit den neuen Kolben. Das ist der gute Kollege hier. Den sind wir auch schon gefahren, der fährt ganz gut. Ja, so sieht es wieder aus. Wir müssen noch ein bisschen sauer machen. Ich kann ja mal starten, dass er hört, dass er läuft. So, starten wir den mal jetzt. Einwandfreies Ding ist auch noch heiß, weil wir gerade gefahren sind. Noch waschen gehen und dann können wir das Ding auch auslesen noch und wenn alles in Ordnung ist, können wir das Ding ausliefern, dem Kunden übergeben quasi. Die Klimaanlage muss noch befüllt werden, weil, wie die ja immer, musst du ja immer entleeren. Wenn wir Motor und Kompressor und sowas ausbauen, dann entleeren wir das komplette Klimasystem. Ach, E60, E61, da brauchen wir mal wieder diesen Adapter. Nee, scheiß drauf. Weil der hat ja, ich hab den ja jetzt hier schon dran gehabt. Normalerweise E60 braucht man da eine Verlängerung, die zufällig gestern gekommen ist oder heute gekommen ist. Werden wir nächstes Mal testen. Also E60, wenn die Klimaanleitung manchmal ein bisschen tiefer sitzt, hier geht es noch. Aber bei manchen E60, E61, da geht es nicht und da wäre sowas angebracht, weil wir haben teilweise hier immer das Frontblech oder wie es heißt hier, Schlossträger, haben wir immer abgebaut, damit wir in den Klimaanschluss reinkommen. Was bekommt der? Der bekommt 810 Gramm. So, hier 10 Milliliter Öl. Es hat sich gesagt 810, ne? Zack, Zack, zack und gib ihm. Genau, während das hier läuft, machen wir weiter. Wir hatten gestern den Sechser, der da stand. Der Sechser, der da stand, der steht jetzt da. Der Kollege muss heute früh erloggen. Da geht es morgen los, werdet ihr morgen den nächsten Teil sehen, dass wir den zerlegen, den 650er, ne? Den N360. Genau. Hier haben wir noch einen. Hier ist ein E90 dazu gekommen. Vierzylinder, N43 Motor. Hier muss ich die Injektoren tauschen. Vier Stück insgesamt. Nicht wundern, ich habe gerade drei in der Hand, einer liegt noch im Büro. Da drehe ich noch ein Tutorial-Video für euch dazu. Das werde ich an dem Fahrzeug jetzt drehen. Das, falls ihr mal selber sowas machen wollt, zeige ich euch, wie das man richtig macht. Genau. Zu dem F10 komme ich gleich, oder kann ich auch jetzt kommen. Genau, wie weit ist der? Der ist fast durch. Gestartet ist der schon. Genau, die Ansauchbücke ist jetzt drin. Ich habe gehört, vorhin wurde der schon gestartet. Es sieht schon hier auch sauberer aus. Also die ganzen Teile, die hier rumlagen, die Abgasanlage und so, ist alles schon wieder dran. Der hat Antriebswellen vorne bekommen, ne? Ja. Ja, also auf jeden Fall einiges. Ich sehe auch Riemtrieb, irgendwas vom Riemtrieb, da liegt da irgendwas drin, vom Linkroller. Achso, okay. Sorry, von einem anderen Auto. F10 ist auch in letzten Zügen. Ich denke, man wird heute noch fertig, oder? Ja. Dann haben wir hier noch ein Auto aus, ich denke mal, wenn ich GHA sehe, ich weiß nicht warum, aber ich denke an Ghana, Alter. Der kommt aus Sachsen, aus Landkreis Leipzig. Leipzig, genau. Ein Ösi quasi. Der bekommt neue Ventilschaftsdichtungen von uns. Eine neue Steuerkette hat er schon mal bekommen, aber nicht von uns, von irgendeinem anderen, ist ja auch egal. Erkennt man, weil es so ein bisschen heller noch ist, weil das wird mit der Zeit irgendwann dunkler. Ja, neue Ventilschaftsdichtungen, davon machen wir ja fast täglich ein, würde ich jetzt sagen, überhaupt nicht. Es sind schon sehr, sehr, sehr viele. Genau, ich kann ja auch irgendwann mal, irgendwann ja mal, ich kann ja mal durchzählen, ein Gewinnspiel machen, durchzählen, wie viele Ventilschaftsdichtungen ich letztes Jahr gemacht habe. Und dann vielleicht verlose ich da irgendwas, irgendwie einen Gutschein oder so für einen Ölwechsel oder, hä? Verlose einen Döner. Oder einen Döner, genau. Ich kann auch einen Döner verlosen. Schicke ich euch den per Post zu. Genau, die Ventilschaftsdichtung machen wir hier noch und dann gehen wir, also der wird heute auch noch fertig. Morgen werdet ihr den nicht mehr sehen im Video. Hier ist ein Auto, wo wir die Ventilschaftsdichtungen schon gemacht haben, der allerdings im Innenraum sehr klappert. Nicht wegen uns. Der hatte schon vorher Klappergeräusche, also was heißt Klappergeräusche? Irgendeine Kunststoffverkleidung halt. Die hörst du sehr am Armaturenbrett, die klappert da irgendwie, keine Ahnung. Da müssen wir halt auch mal schauen, woher das Geräusch kommt. Alles klar. Ich denke mal, die sind so weit durch. Gehen wir mal weiter an die Arbeit. Ich bin raus, Leute. Peace.